Jemand wird mitten in Deutschland zur Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt, lediglich, weil er in einer Organisation ist, die Erdogan nicht passt. Klingt seltsam, ist aber wirklich so passiert. Hier ist die Geschichte. Banu Büyükaci wurde wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer Haftstrafe verurteilt, die sie größtenteils schon abgesessen hat. Ihr droht nun die Abschiebung. Sie war Mitglied in der türkischen Kommunistischen Partei und diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. In der Türkei gilt aber keine Jere Organisation, die Erdogan nicht mag, als Terrororganisation. Der Grund, warum sie trotzdem verurteilt wurde, ist ein Gesetz, welches kurz nach den Anschlägen vom 11. September erlassen wurde. Dieses besagt, dass man auch wegen Mitgliedschaft in einer Organisation, die in einem anderen Land als Terrororganisation gilt, verurteilt werden kann. Die Zustimmung zur Eröffnung des Verfahrens muss der Außenminister geben. Ich finde, dass das generell schon mal eine problematische Vermischung von Exekutive und Judikative ist. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hat Heiko Maas dann grünes Licht für das Verfahren gegeben. Aus welchem Grund auf immer. Entweder, weil er keine Lust hatte, seinen Beruf richtig nachzugehen, oder weil er Angst vor Erdogan hatte. Wir wissen es nicht. Das ist, wie ich finde, ein ziemlicher Justizskandal und ich mache dieses Video, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Also, wenn euch der Fall interessiert, dann schaut euch die Artikel an. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier seht ihr auf jeden Fall nochmal unseren Außenminister, der Typ, der halt für diesen Fall verantwortlich ist. Hier seht ihr auf jeden Fall.